Und ein herzliches Willkommen zurück zur Anleitung 3 bei Pokémon Techniques auf Nintendo Switch im Honorar-Match. Und den nächsten Gegner haben wir gefunden. Es ist Armin aus Amerika mit Durengard. Hören wir schon. Noch nie gewonnen, glaube ich. Es ist lustig. Gegen sie habe ich über eineinhalb Monate, also vor eineinhalb Monaten habe ich gegen sie zuletzt gespielt. Jetzt eineinhalb Monate später, treffe ich sie wieder. Das ist lustig. Mist, wäre ich dann noch ein bisschen oben geblieben. Was mache ich denn? Scheiße! Ach, Omin! Oh, na, na, na. Ach, komm schon. Oh! nein das gibt es nicht ich zweifel an mir selbst so langsam warum verliere ich so viel früher war ich besser in staffel 2 da war ich mit mütter richtig gut eigentlich komisch aber gut ok danke fürs zuschauen das war leider schon wieder ein fertiger kampf leider wieder verloren unfassbar danke fürs zuschauen euer folge der let's besser top ihr bei pokémon technics auf nintendo switch im andere match tschüss